Schaut euch das an, ein Trauerspiel. Was ist da los? Alles Lala. So, Trail. Ich hab jetzt ein bisschen Muffen zu Hause. Ja, liebe Leute, der Heideralm Trail ist der mit Abstand schwerste Trail, den ich bis jetzt gefahren bin. Passagen wie diese kommen am laufenden Band. Das geht noch. Der Trail bietet keine Verschnaufpause und fordert bis zum Ende. Schaut euch das Video also bis zum Ende an, dann seht ihr alle Schlüsselpassagen. Ja, ich fahre aber trotzdem auch dazwischen ein bisschen langsamer, damit ich einfach nicht in Stress bin. Oh. Oh. Das ist ein bisschen. Ich fahre. Oh! 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 Seid ihr nicht schon öfters gefahren? Ich fahre langsam Ja cool, kannst du das dann am Video anschauen, was du willst Du brauchst nur eine Drehgummi Ja, wir fahre den runter, wir fahre durch die Linie Passt aber danach Wir müssen aber bloß ein bisschen Abstand rein Ja, ja, wir lassen Abstand Da geht es jetzt einmal zum runterrollen Ich muss schon sagen, Ben und ich waren sehr stolz auf uns, dass wir diesen Dreh geschaffen haben Und das Ganze ohne, dass wir absteigen und skien müssen Jetzt mal laufen lassen Darf ich, genau die Geschichte Ich muss da hoch oder? Da muss ich einen leichteren Gang rein tun Ja, das ist auch du Scheiße Du hast ganz auf Fuck me Never ever Ja Warte mal kurz Warte mal kurz Warte mal kurz rein Warte mal kurz rein Ja Geht? Ja Geht Wie? Jetzt Ja, das ist gut. Ha ha ha, geil! Mega! Ha ha! Geil! Yes! Pappes, jetzt ist es sensationell zu fahren. Das war jetzt geil runter. Wenn der so weitergeht, werden wir das schaffen. Ja, das schaffen wir. Zum Schluss wird er, glaube ich, ein wenig knackiger. Wenn er so dahin geht, ist das überhaupt kein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, was wir so fahren wollen. Ja, wir müssen umgekommen, dann ist es vorbei. Ja, ja. Oh, haha. Oh, ja, ja. Oh, shit. Geil, mega So geil Ja, das geht Ja, das geht Jawohl Geil Wie geil ist der Da nähert ihr jetzt am allermeisten bis jetzt Und wieder reingekommen So, nicht stehen bleiben Ja, nicht stehen bleiben Beide rollen Ja, der ist schon knackig Das ist die geilste Opfer beim Besitz Das ist die geilste Opfer beim Besitz Es ist so geil Es ist so geil So viel weiter Nur wenn du es geschafft hast Yes Ja, ich glaube da musst du mit dir fahren Ja Geil Ja Das ist die richtige Arbeit hier oben Ah Ah, links Stopp Nein, genau Ja Ja Juhu Ja, hat wieder gerutscht Ja 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 Ach Nicht zu Ja Noch nicht drin? Das ist so eine Scheiße Ja 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 Da bin ich in den Klipp drin, verdammte Kacke. Alter, wie hast du denn das gemacht? Wo bist du denn da gefahren? Keine Ahnung! Oh boah! Einfach grünlos! Oh! Hi! Hau! Na, 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 na! Oh, hei! Wow! Wow! Alter, der geht rein, der geht rein, ist mir nimmer wurscht das ist mir nimmer wurscht, der geht rein, ist mir nimmer wurscht ja Uah Uah, ich bin wieder oben gekommen da Uah 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 Ha Ha Ah Uah da wo ich die schaff mal aber das geht euch jawohl hier konzentriert bleiben weit ist es nicht mehr aber ich befürchte auch nicht unbedingt, dass es leichter wird das schaffen wir es geht es geht es geht ja 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 blau Untertitelung. BR 2018 Ja, liebe Leute, das war's vom Haideralm Trail, der absolut schrägste, geilste Trail, den ich jemals gefahren bin. Schwarzer Trail bei drei Länderentura, das heißt was. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch, war geil mit dem Bender runtercruisen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da, schreibt mir Kommentare, abonniert den Kanal, würde mich freuen. Wir sehen uns sonst nächste Woche beim nächsten Video. Euer Drehgummi.